Uttanahasta Yoga Nidrasana ist die Yogi-Schlafstellung mit ausgestreckten Armen. Gib die Füße hinter den Kopf in der Rückenlage und dann strecke die Arme aus. Das ist Uttanahasta. Du kannst da die Arme nach hinten ausstrecken, du kannst die Arme nach oben ausstrecken und du kannst die Arme nach vorne ausstrecken. Drei Variationen, die alle unterschiedliche Energiewirkungen haben. Probiere es aus und schreib in die Kommentare, was du dabei erfährst. Wenn es dir gefällt, klicke schnell auf Daumen hoch oder gefällt mir.